Dunkel und düster und gefährlich und lieb. Darum geht's heute. Herzlich Willkommen zur Modenschau im Gloria-Palast. Ich hätte gerne dieses Outfit gehabt, muss ich sagen. Aber wir sind die positiven Elfen. Also wir sind hier die Waldelfen. Insofern füge ich mich mal am Schicksal. Ich mag die Farbe Grün und finde es eigentlich auch super. Ich liebe Farben. Gelb, Rot, Grün, Blau. Finde ich immer ganz toll. Also wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer lieber eine Farbe. Und auch lieber Weiß statt Schwarz, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt einen Umhang mit einem steifen Kragen tragen wollen würde. Ich bin schon der Typ, der gerne schulterfrei ist, der sich gerne viel bewegt. Und deswegen denke ich, das ist für einen Film toll. Das ist ein tolles Kostüm, um eine gewisse Rolle eben zu spielen. Aber so im Alltag, so wie heute Abend bei der Filmpremiere, dann würde ich es vorziehen, keinen Umhang zu tragen. Also ich würde sagen, das ist Haut Couture. Das sieht man wirklich bei den Haut Couture-Schauen. Marston Schneider hat für ganz lange und schlanke Frauen gedacht. Ah, 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 ah. Tendenziell ist es, wenn es ganz eng und streng ist und eher so Lack und Leder, dann weiß man, das ist eher so diese böse Schublade. Also ich habe auch ein paar schwarze Ledersachen, also wenn es mal ein bisschen schmutzig sein soll. Na die dunkle Seite ist heute Angelina Jolie natürlich selbstverständlich, wir repräsentieren das Gute. Das Böse verstecken die Frauen sehr gerne, auch wie bei dem Wolf im Sharspace, das ist wirklich so. Aber hin und wieder kommt das Böse auch zum Vorschein. Wer jetzt boshafter ist, Männlein oder Weiblein, das konnten wir nicht schlussendlich klären. Mir sind auch noch keine boshaft Hörnchen gewachsen, ich ziehe lieber wieder meinen Hut auf. Schöne Kleider haben wir heute gesehen, aber das Schönste hat natürlich Maleficent Angelina Jolie im Film an. Schaut ihn euch an, mal ein anderes Märchen, neu verfilmt und danke fürs Zuschauen. Schaut ihn euch an, mal ein anderes Märchen. Schaut ihn euch an, mal ein anderes Märchen.